hallo leute und willkommen hier bei me apple cat ja heute geht es um die etwas versteckteren funktionen hier bei ios 13 ich habe mir da ein paar notizen zu gemacht und die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch den ersten rundgang den habe ich euch ja bereits gezeigt wenn ihr den noch nicht gesehen habt ich verlinke euch das noch mal hier und unten in der video beschreibung da gibt es den ersten rundgang zu ios 13 und jetzt gibt es hier die kleineren details die ich noch gefunden habe und ich will direkt mit etwas kleinem anfangen ja ich habe einen glitsch hier gefunden eine ganz interessante animation und zwar wenn ich jetzt hier mal auf den wiggle modus gehe und zieh mal eine app hier auf eine andere dann gibt es hier habt ihr es gesehen wenn man die app dann direkt bewegt gibt ihr diese ganz krasse animation mit dem kreuz das hier so nach vorne springt also ihr seht schon da sind auch ganz ganz viele kleinigkeiten die hier behoben werden müssen obwohl sieht irgendwie auch ganz cool aus so aber das nur ganz nebenbei jetzt geht's los und wir starten einfach mal mit den screenshots denn wenn ich jetzt hier einen screenshot mache öffne den hier zum bearbeiten habe ich hier unten ja diese neuen stifte die jetzt sky mofistig sind also realistischer aussehen aber das besondere ist jetzt hier ich kann diesen screenshot speichern und zwar auch direkt wo haben wir es denn in den dateien also in der files app und nicht nur wie bisher schon soll ich manchmal hier in dateien sichern und zwar nicht nur dann jetzt hier in den fotos wie das sonst immer war mit den screenshots sondern ich kann es in der dateien app abspeichern so und dann kann ich noch entscheiden das ist auch noch neu ob das ganze hier auf meinem iphone gespeichert werden soll oder in der icloud ich sag mal hier auf meinem iphone und dann kann ich mir hier auch schon was auswählen und einfach mal auf sichern und dann ist das foto der screenshot dann gesichert schauen wir mal ob wir es auch finden hier ist die dateien app und jawohl da ist unser screenshot den kann ich dann auch aufmachen und da habe ich ihn wieder schön so machen wir das mal zu und ja hier haben wir wohl noch einen kleinen klitsch oder einen kleinen back das verschwindet hier nicht mehr wie es klein geworden ist also ich muss jetzt hier den kleinen screenshot einfach mal weg streichen damit er verschwindet ihr kennt der 3d touch also wenn ich hier drauf gehe und rufe dann durch etwas festeres drücken ab dem iphone 7 verschiedene funktionen hier auf ja das gibt es oder gab es ja bisher nur für geräte die das auch unterstützen ab dem iphone 7 wo die entsprechende hardware dann auch verbaut war und das gibt es jetzt für alle geräte und das wird so gelöst dass man nicht mehr fest rein drücken muss auf die app sondern die einfach nur gedrückt hält und dann geht dann hier eben entsprechend das menü auf was sonst nur mit 3d touch abrufbar war auch in punkto sicherheit und privacy gibt es da was neues ich habe das eben vielleicht schon kurz gesehen wenn ihr jetzt irgendeine app öffnet und die will zugriff auf eure gps daten haben zum beispiel wie hier ich habe da mal einen screenshot gemacht auf karten auf den standort zugreifen kann ich jetzt sagen nicht erlauben oder beim verwenden der app erlauben das hatten wir ja schon oder ich kann sagen einmalig erlauben und dann wird dann nur einmalig der zugriff auf die gps daten gestattet und hinterher dann nicht mehr klar bei der maps app ist das jetzt nicht so interessant aber wenn ihr euch irgendeine app runterladet und ihr denkt wieso will die den zugriff hier auf meinen standort haben die will das zum installieren mein gott dann erlaubt ihr es halt nur einmal und danach wird dann nichts mehr gesendet wo ihr euch aufhaltet finde ich eine gute funktion gehen wir mal in safari rein denn da gibt es auch was neues wenn ich jetzt hier auf den ihr seht ich habe einige tabs offen und ich gehe hier unten auf den tab button halte den gedrückt dann kommt da ein menü hoch und bei mir ich habe wohl zu wenige tabs gerade offen auf jeden fall gibt es dann auch die möglichkeit wenn ihr sehr viele tabs offen habt das zu steuern wann die geschlossen werden sollen automatisch ob in einem tag einer woche einem monat prob ich dass es hier bei mir gerade nicht funktioniert ich habe es aber schon gesehen dass dem so ist bleiben wir hier mal in safari wenn ich jetzt hier mal einen screenshot mache von einer webseite und gehe dann hier in diese vorschau rein dann kann ich hier oben das ganze auswählen als ganze seite ihr seht jetzt habe ich nur das was eben hier angezeigt wurde aber ich kann auch hier auf ganze seite gehen und habe hier die komplette webseite als screenshot dann gespeichert da könnt ihr sehen da geht es ganz schön weit nach unten und das ist doch mal eine coole funktion hier hat man eben sowas wie eine kleine seitenleiste wo man dann einmal durch die webseite durch scrollen kann und ich sage jetzt einfach mal ich speicher die komplette webseite mache ich das noch mal hier in den dateien und dann hier auf meinem iphone so und sichern und dann gehen wir hier mal flott raus gehe noch mal in die app hier dateien rein und da habe ich jetzt hier als pdf meine komplette webseite und kann da ganz normal durch scrollen das ist mal eine coole funktion immer eine komplette seite einfach mal sichern will so als bildschirm foto finde ich auch sehr sehr schön also ihr seht schon hier gibt es viele kleine mein gott der hier verschwindet nicht weg damit viele kleine verbesserungen an die man erst mal gar nicht denkt und die auch nicht großartig vorgestellt werden von apple auch eine coole sache ist hier im kontrol zentrum ihr könnt direkt bei wifi und bei bluetooth eure angeschlossenen geräte oder auch das wlan wechseln dafür müsst ihr per 3d touch einfach mal so dass hier öffnen das war ein bisschen schwierig und wenn ich jetzt hier auf das wlan gehe ihr seht ich bin momentan mit dem apple cat wlan verbunden halter einfach mal hier gedrückt und dann kommt hier eine ganze auswahl von all den verfügbaren wlan und ich kann direkt hier das ganze dann wechseln jetzt habe ich wo komme ich da hin da wollte ich gar nicht hin so ich will das doch direkt wechseln also noch mal hier drauf tatschen dahin gehen und dann könnte ich hier ein anderes wlan auswählen ich bin hier eben auf den knopf wlan einstellungen gekommen und so muss man gar nicht mehr in die einstellungen rein um das wlan zu wechseln oder was man wahrscheinlich öfters macht um hier das bluetooth gerät zu wechseln ihr seht ich habe hier aktuell nur die airpods verbunden gehabt hättet ihr verschiedene kopfhörer dann könntet ihr auch direkt hier dann die verbindungen auswählen also das finde ich auch eine sehr praktische sache natürlich ein klein bisschen versteckt das muss man erstmal wissen damit man es finden kann gehen wir noch einmal zu safari denn safari oder webseiten können jetzt hier automatisch im dark mode angezeigt werden die einzigste voraussetzung ist dass ein ccs code so ein spezieller code auf die webseite eingearbeitet ist und wenn ihr dann wie ich jetzt hier im moment den dark mode aktiviert habt dann wird auch die webseite im dark mode angezeigt ja nett ihr kennt das vielleicht wenn ihr euch aus dem app store was runterladen wolltet und ihr wart unterwegs und das war größer als 200 megabyte der download dann hat es nicht funktioniert denn da gab es bisher immer ein limit das hat apple bei 200 megabyte festgesetzt da konnte man machen was man wollte das hat mich im urlaub schon mal zur weißglut getrieben als ich einfach kein wlan hatte und ich wollte mir was runterladen dieses limit wurde entfernt und ihr könnt jetzt runterladen so viel wie ihr wollt oder so viel wie euer datenvolumen hergibt das finde ich auch mal richtig gut denn das kann nerven ihr wollt euch eine app runterladen die ist 300 megabyte groß habt kein wlan in der nähe und habt massig datenvolumen noch übrig und die haben euch einfach nicht gelassen so eine bevormundung die ist jetzt weg das ist gut ihr könnt jetzt auch hier auf externe speichermedien wie usb sticks oder sd karten zugreifen das geht auch alles hier aus der files app raus das einzige was man natürlich braucht ist hier ein entsprechender adapter damit das auch in den lightning anschluss reinpasst und dann könnt ihr hier schön auch mal einen usb stick anschließen wahnsinn oder wer hätte vor ein paar jahren oder vor einem jahr noch damit gerechnet ja wohl die allerwenigsten also ich bestimmt nicht aber das ist richtig gut auch hier oben für den akku ihr seht ich habe nicht mehr allzu viel saft übrig im moment auch für den hat apple hier was getan und zwar gibt es einen neuen ladealgorithmus und der macht folgendes der verbessert eure haltbarkeit von eurem akku besonders wenn ihr euer iphone häufig oder meistens über nacht aufladet denn dann hängt das ding ja permanent am strom dran und das heißt es wird aufgeladen direkt bis 100 prozent und dann wird immer wieder getoppt 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 und das ist stress für den akku das verträgt er nicht gut das mag der akku nicht und dann kann es dann sein dass der schon mal mehrere ladezyklen angestoßen bekommt auch wenn ihr nur einmal aufgeladen habt und das erhöht einfach den alterungsprozess des akkus da hat apple sich jetzt was überlegt und zwar merkt der schlaue algorithmus nach einer gewissen zeit wann ihr dann morgens immer euer iphone vom strom abzieht also wann er aufsteht im prinzip und steuert das dann so dass erstmal nur bis 80 prozent aufgeladen wird und die restlichen 20 prozent das sind die die den akku eigentlich stressen am allermeisten die werden dann so gesteuert dass er voll ist wenn ihr üblicherweise euer gerät dann vom strom abnehmt und somit wird dieses ständige toppen 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 aufladen was den akku einfach belastet auf dauer wird damit deutlich reduziert und vermieden also weniger stress für den akku und der hält länger durch gut für jeden sehr schön auch hier in der telefon app hat apple etwas gedreht und zwar könnt ihr jetzt das einstellen dass unbekannte anrufer direkt auf eurer mailbox landen also dann klingelt das telefon gar nicht sondern die landen direkt auf der mailbox können dann eine nachricht hinterlassen dann könnt ihr euch entscheiden ob ihr zurückruft oder eben nicht das ist eine optionale sache siri intelligence soll dafür sorgen dass eben das so geschieht kontakte die ihr in den mails habt oder natürlich im telefonbuch oder in den messages die gehen dann trotzdem ganz normal durch und es klingelt wirklich nur unbekannte anrufer werden dann dort ja quasi direkt umgeleitet auf die voicemail vielleicht eine schöne sache für leute die oft ungewollte anrufe bekommen vom provider oder weiß weiß denn ich das ist wahrscheinlich in amerika ein größeres problem denn da gibt es massig massig werbeanrufe die haben wir hier ja in deutschland zum glück nicht so häufig gehen wir noch mal kurz in die files app rein denn da gibt es auch was richtig cooles und zwar können wir jetzt hier zip ordner entpacken und wir können auch ja sachen zippen also packen und dafür hält man dann einfach hier mal gedrückt dann kommt hier dieses menü hoch und ganz unten seht ihr da steht komprimieren und wir merken uns mal kurz aktuell hat die datei 5,9 megabyte so ich komprimierte jetzt mal drücke da drauf wir warten kurz und da haben wir das ganze als zip datei auch mit 5,9 megabyte was ist da los sehr merkwürdig und ich kann natürlich dann auch das ganze hier unten wieder dekomprimieren also anzippen das finde ich gut das sind so langsam so kleine pc funktionen vom computer die hier reinkommen und die einfach einem das leben auch mal leichter machen so kann man produktiver arbeiten das finde ich richtig gut da geht apple endlich endlich in die richtige richtung so und wenn wir schon beim pc oder beim computer oder beim mac gelandet sind lege ich mal das iphone zur seite und wir sprechen mal kurz hier über itunes denn itunes ihr wisst ja das ist die schöne software die ja so richtig super funktioniert und die jeder total gerne hat das fand ich bei der kino zu lustig da haben sie schon gesagt ja itunes hier das programm das jeder liebt und da haben die leute im publikum sogar angefangen zu lachen und ja itunes ist ein usability albtraum also ich bin damit nie richtig warm geworden und wahrscheinlich geht es euch genauso deswegen hat apple itunes abgeschafft aber die funktionen sollen natürlich erhalten bleiben und dafür gibt es dann drei apps die jetzt eingeführt werden natürlich nur auf dem mac das gibt es dann bei windows user nicht also wenn da itunes weg ist dann habt ihr die a karte gezogen wie es aussieht im moment da gibt es drei apps einmal die musik app die podcast app und die tv app und da werden die funktionen dann in dementsprechend aufgeteilt und die funktionen backups updates und wiederherstellung von geräten also iphones ipads und so weiter die wird im finder auf dem mac dann untergebracht und bin ich mal gespannt wie das ganze dann funktioniert ob das von der usability nachher dann besser geworden ist so leute das sind noch so ein paar geschichten so ein paar sachen die ich hier gefunden habe so versteckt ihre funktionen die nicht direkt auf den ersten blick so auffällig waren ich hoffe das war interessant für euch die ganzen offensichtlichen geschichten wie gesagt die habe ich ja in dem ersten video schon zusammengefasst schaut euch gerne an ich habe sie unten verlinkt auch in der playlist ios 13 da halte ich euch auf dem laufenden was hier das neue betriebssystem von apple anbetrifft geiler klitsch und das soll es gewesen sein danke fürs zusehen macht es gut bis zum nächsten mal